Hallihallo ihr Lieben, ich bin's wieder, eure Gabriele von Conga Bären Conga Crafts. Dieses Utensilo ist was Besonderes, denn der Deckel kann durch die Hänkelbefestigung nicht mehr verloren gehen. Durch Buchschrauben als Hänkelgelenk kann man daraus auch eine Schale mit kleinen Hänkeln draus machen. Die Hänkelaussparungen kann man auch nähen und versäubern. Und die Hänkel annähen, statt Buchschrauben zu verwenden, wodurch alles aber etwas unflexibel wird. Um einen Kreis zu zeichnen, brauchen wir einen Zirkel oder solche Kreisschablonen, die man leicht selbst mit dem Laminiergerät machen kann. Die Anleitung gibt's in der Infobox. Ich habe für mein Utensilo den Boden von 9,5 cm Durchmesser genommen. Durchmesser 9,5 cm und hier bis hier. Die Hälfte des Durchmessers ist der Radius, den man braucht, um den Kreis mit dem Zirkel zu ziehen. Den Radius muss man beim Zirkel einstellen. Und für den Utensilokörper brauche ich den Umfang. Den berechnet man ganz einfach. Man nimmt diesen Durchmesser, also die 9,5 mal Pi. 9,5 mal 3,14 ist 29,8 cm Umfang. Dieser Umfang ist genau die Länge der Außenlinie des Kreises. Da hier noch die Nahtzugabe wegfällt von ca. 2 cm, das ist okay. Denn wir nähen hier ja zusammen. Also hier wird er zusammengenäht und dadurch wird der Umfang ja kleiner, was auch richtig ist. Denn wir nähen nicht auf der Außenlinie, sondern wir nähen nicht auf der Außenlinie. Wir nähen nicht auf der Außenlinie des Kreises, sondern die Nahtzugabe vom Rand entfernt, wodurch der Umfang logischerweise eher kleiner wird. Hier ist die Schablone vom Boden. Und der Deckel ist 1,5 cm größer, damit er schön auf das Utensilo passt. Wollt ihr diese Aussparungen nähen, statt die Ösen zu nehmen, dann nähmt die Schablone mit den Aussparungen. Ihr näht den Deckel ganz normal an den Körper an und spart eben diese Stellen aus, die ihr später dann mit dem Zickzackstich versäubert. Die Teile für den Boden einmal Style Fill und zweimal Stoff. Für den Körper, der dann unten im Boden genäht wird, den Schnitt im Stoffbruch zuschneiden. Für den Deckel auch zweimal Stoff und einmal Style Fill. Für den Deckelrand einmal Schnitt im Stoffbruch zuschneiden. Für den Körper einmal Style Fill. Für den Deckelrand auch einmal Style Fill. Und für den Hänkel den Schnitt einmal im Stoffbruch zuschneiden. Wir fangen mit dem Boden an. Es ist einfacher, den Kreis auf einem größeren Stück Stoff zu nähen und darum habe ich hier 2 cm größere quadratische Stoffstücke und Style Fill genommen. Diesen Tipp habe ich von Annie Unwine. Auf einem Stoffquadrat wird auf der rechten Stoffseite der Bodenkreis eingezeichnet. Nun ein Stoffquadrat mit der linken Seite nach oben hinlegen. Dann Style Fill drauf. Und das zweite Stoffquadrat mit dem eingezeichneten Bodenkreis mit der rechten Seite nach oben auflegen. Wie ein Sandwich wird das Style Fill eingepackt. An den Ecken mit Nadeln fixieren. Und achtet darauf, dass auch der untere Stoff gerade bleibt. Nun mit ca. 0,3 bis 0,5 cm Abstand zur Linie erst außen herum. Und dann innen entlang nähen. So lässt sich nachher besser schneiden. Es springt nicht so auf beim Schneiden, was das Schneiden ja erschwert. Und die gleiche Prozedur machen wir auch beim Deckel. Hier ist der Abstand von der Nadel zur füßigen Kante 0,5 cm. Schaut, dass der Stoff sich nicht wellt und auch von unten glatt liegen bleibt. Wieder am Anfang den Faden nicht abschneiden, sondern Nadel und Fuß hoch und zur Mitte und auch wieder mit 0,5 cm Abstand zur Linie nähen. Nun genau an der gezeichneten Linie entlang schneiden. Die Schnittkante beider Kreise mit Zickzackstich versäubern. Ich habe hier eine Breite von 3,7 und eine Länge von 1,5 eingestellt. Falls ihr am Deckel die Aussparungen nachträglich machen wollt, dann einfach anzeichnen, innen und außen nähen und ausschneiden. Wir lassen das so, weil wir ja Ovalösen anbringen. Nun nähen wir den Körper, also das eigentliche Utensilo. Wir nähen den Stoff für den Körper, der um den Boden genäht wird. Und den Streifen Style Fill dazu. Den Stoff mit der linken Seite nach oben hinlegen. Das Style Fill an der unteren Längskante so anlegen, dass rechts und links ein gleichmäßiger Rand stehen bleibt. Mit Klammern fixieren. Von der rechten Seite knappkantig hier entlang nähen. Nun rechts auf rechts die schmalen Seiten zusammenlegen. Stecken oder klammern. Und hier mit einem guten Zentimeter Nahtzugabe zusammennähen. Anfang und Ende verriegeln. Wir haben jetzt einen Schlauch. Und wenn ihr auf der einen Seite das Style Fill nicht erwischt habt, ist das nicht tragisch. Größeren Überstand vom Style Fill zurückschneiden. Die Nahtzugabe auseinander und glatt streichen. Das obere Stoffteil links auf links über das Style Fill klappen. Die Nahtzugaben liegen flach aufeinander. Auf der ganzen Länge, so dass das Style Fill schön ummantelt ist und die unteren Kanten auf gleicher Höhe sind. Knappkantig an der unteren Kante ringsum entlang nähen. Und gleich danach mit Zickzackstich versäubern, genau wie die Kreise. Genauso wie den Körper nähen wir nun den Deckelrand. Und vielleicht ist es nix der Jetzt nähen wir den Körper an dem Boden, rechts auf rechts, zusammen. Die Klammern mit der flachen Seite in Richtung Boden, da der flache Boden beim Nähen nach unten liegt. Ringsum klammern. Lieber mehr klammern als zu wenig. Nun ringsum zusammennähen. Und das gleich auch noch mit dem Deckel. Mit einer Nahtzugabe von ca. 0,75 zusammennähen. Beim Nähen darauf achten, dass ihr den Stoff immer schön gerade zieht. Lieber langsam nähen und immer wieder Füßchen hoch und den Stoff glatt streichen. Mit dem Deckel genauso verfahren. Auf rechts wenden. Jetzt könntet ihr das Deckel-Utensil schon so lassen. Aber wir wollen ja noch einen Henkel, den wir dann noch durch den Deckel führen wollen. Da mein Henkelstoff etwas dünn ist, mache ich mir einen dünnen Streifen Volumenvlies mit rein. Der Länge nach zur Hälfte falten und bügeln. Auffalten und der Länge nach von beiden Seiten zur Mitte falten und bügeln. Nochmal mittig falten und bügeln. Wieder auffalten, den Fließstreifen an die Mittelfalte anlegen und nach Anweisung festbügeln. Nun die kurzen Enden ca. 0,5 cm nach innen umklappen und bügeln. Dann die langen Seiten wieder falten, sodass alle Kanten schön aussehen. Dann klammern oder stecken. Und ringsum zusammennähen. Ich benutze dazu einen Schmalkantenfuß, durch den man einen gleichmäßigen Abstand zur Kante erhält. Und darauf achten, dass man die Nadel 2-3 Punkte nach links verstellt. An den Ecken Nadel unten lassen, Füßchen hoch, drehen, Füßchen runter und weiter nähen. Jetzt bringen wir die Ovalösen an den Deckel an. Die Öse besteht aus Ösenring und Ösenscheibe. Der Ösenring hat hier seitlich einen erhöhten Rand, den man umbiegen muss, um die Scheiben zu befestigen. Diese Deckelnaht ist die hintere Mitte. Die Ösen bringen wir rechts und links zur Mitte an. Also hier. Und hier. So weit wie möglich am Rand. Deckel auf links drehen, so lassen sich die Ösen besser positionieren. Die Deckelnaht beachten und die Ösen anzeichnen. Mit einer kleinen Spitzenschere das ovale Loch sauber ausschneiden. Den Ösenring von der rechten Deckelseite ins ausgeschnittene Loch drücken. Es darf kein Stoff über der Öse rausschauen, ansonsten abschneiden. Und die Scheibe von der linken Deckelseite dagegen drücken. Mit einer kleinen Flachzange diesen erhöhten Rand umbiegen, sodass die Scheibe befestigt wird. Es ist zwar etwas schwierig, aber mit Geduld und Gefühl schafft man es. Ich habe so eine Zange mit Nylonbacken und ich probiere das Ganze noch etwas abzurunden. Von innen sieht es nicht so gut aus, aber Hauptsache von außen ist es gut. Nun die andere Öse anbringen und wieder auf rechts wenden. Den Henkel einziehen. Achtet darauf, dass ihr ihn richtig einzieht. So wird der Henkel festgemacht. Ihr könnt ihn festnähen, dadurch ist er aber unflexibel, oder mit Buchschrauben befestigen, was ich jetzt mache. Dazu beim Utensilo die seitlichen Mitten, also rechts und links, von der Nahtmitte aussuchen. Wie beim Deckel. Ich markiere mir die mit einer Nadel. Die Buchschrauben bestehen aus dem Hülsenteil und dem Schraubenteil, das in die Hülse geschraubt wird. Beim Henkel an beiden Enden die Mitte suchen und ca. 1 cm vom kurzen Rand markieren. Anschließend mit der Lochzange ein Loch machen. Mit Hilfe vom Henkel beim Utensiloteil das Loch markieren. Nicht zu tief ansetzen, sondern schau der Henkel später unter dem Deckel vor. Was nicht so toll aussieht. Hier ist es 1 cm. Mit der Lochzange auch hier jeweils ein Loch machen. Das Hülsenteil der Buchschraube zuerst von außen durch den Henkel, dann durch das Utensiloteil. Und jetzt die Schraube in die Hülse schrauben. Um das Ausfranzen zu vermeiden, könnt ihr Fray-Jig um die Löcher machen. Von innen und von außen. Und danach gut trocknen lassen. Nun die andere Seite mit der Buchschraube versehen. Zum Festschrauben könnt ihr auch einen Schraubendreher verwenden. Und fertig ist euer Utensilum mit Deckel, der nicht verloren geht. Da mit dem Henkel verbunden. Und ihr könnt durch die Buchschrauben den Henkel immer wieder wechseln, wenn ihr das wollt. Ich hoffe es hat euch gefallen und vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss! Untertitelung des ZDF für funk, 2017